alle Freunde herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal Jo, was, was, was haben wir eigentlich im letzten Part gemacht? Das ist schon ein bisschen länger her, ich hab keine Ahnung aber wir werden es rausfinden Hoppla Nicht auf mich bitte, ja Was tun wir? Fähigkeiten Was sollten wir eigentlich? Das wäre prakt... Na ja, gut, das ist jetzt nicht notwendig Das habe ich, das ist notwendig Aber das ist auch eher weniger Das wäre noch praktisch Das wäre, aha Nö Vielleicht, vielleicht Das wäre auch nicht so schlecht Das wäre auch nicht so schlecht, aber ist ein bisschen teuer für das Sogar sehr teuer eigentlich, dafür dass ich nur den markieren kann Jo, na schön Ach ja, ähm, tun... Was tun wir? Ach die wollen Mammut jagen Dann gehen wir da hin Mammut jagen, das kriegen wir hin Das wäre nicht das Erste und auch wohl nicht das Letzte und wir brauchen Ruhe, Ruhe und Fried Ich glaube hier ganz gut, dass wir da im Süden sind, da können wir gleich die Materialien suchen um den Speer ein letztes Mal zu verbessern Wir müssen schon wieder zwei neue drauf bewohner haben Jetzt vermehren Oh, da vermehren sie sich wohl Seltener Süder, oder? Und seltener Südstein Und wir müssen in den Süden Alles klar Ups Ach, stimmt Okay, das war knapp Ok, das ist ganz fast, das Okay, das sind gut Ok, das ist ganz schön Den hört man hier. Okay, ist in der anderen Seite. Okay. 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 Ah, okay. Oh, 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 oh. Zohozwebekommen. Ist das auch zu wenigstens cool? No, natürlich nicht. Wieder ganz selten, was sie da haben. Verdammt. Ach so, jetzt brauchen wir noch gar nicht vier. Okay, jetzt nur noch drei. Aber noch Steigen. Oh, ich glaube, ich weiß, was das für eine Quest ist. Das ist nicht einfach. Dich setze ich doch wenigstens aufs Spiel. Ich weiß, ob wir diesen Blutfangsäbelzahn wiederbekommen, wenn der drauf geht. Was sollten wir denn den nehmen? Ich weiß nicht, ob er mehr Schaden macht. Vier Schaden, fünf Schaden, zehn Schaden. ? Was ist das? Ich bin froh. Ich bin froh. Wer hat. Ich glaub das hat ihm nicht gefallen, oder? Ah komm, aber hat ihn wohl nicht mal interessiert. Wo gehst du denn hin? Ja. Ow! Fuck! Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Gar nicht so einfach Oh my god Oh my god Oh my god Da hat schon Pfeile verschwendet dafür Was ist denn sonst? Oh my god Good question Erledigt Was ist denn das? Aha Hä? So was da ist auch noch Ein Leuchtfeuer Sehr reale großartig Oh Urge will diesmal wieder wissen Schau mal wie man diesmal helfen kann Oh man Ich bin Gott Oh man Oh man Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Achso. Ja, wohl den Männer zu schieben. Da ist der A und W. Da ist der A und W. Da ist der A und W. Da ist der Eingliche W. Da ist der Eingliche W. Das macht die W. Gehen wir euch. Und das war genial. Den drin muss ich mal merken. Höhle. Ach so, das ist genau, das ist dieser Geheimeingang sozusagen. Mit diesen Außenposten. Naja, so. So bin ich auch noch nicht gejagt. Hm, vielleicht ist der Doppelbogen doch gar nicht so nutzlos. Vielleicht war das halt nicht so groß. Aber wenn sich die sechs Schaden auf die einzelnen Pfeile beziehen. Oder auf Pfeile gemeinsam. So sammeln. Na. Okay. Ja wir haben da geschrien. Ja, da geschrien. Ok, er segne Südsterben ein paar Weile. Ach du Scheiße. Da ist noch einer. Da ist noch ein paar Weile. NIE! NIE! Ach, das ist ein Höhen. NIE! NIE! Ah, der Boden ist wirklich deutlich stärker. So, was er den anderen Säbelzentiger legt hier? Oh, man, was für eine Art. Drei Höhenloch und zwei Säbelzentiger. Jetzt musst du, dass wir da noch einen brauchen. Soll ich jetzt nicht unnötig gewesen. Okay, der kommt gut wieder. Okay. Okay, das sind Sie da. Okay. 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 Ich ... Ich bin ein ganzer Mann. Oh, langtopp! Langtopp! Oh! Oh! Brutukwala, Urki, Sahuata! Ich bin ein ganzer Mann. Ich bin ein ganzer Mann. Ich bin ein ganzer Mann. Oh, man. Oh, man.